Hallo meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal was ganz anderes und zwar will ich euch heute mal zwei Beispiele zeigen, wie ich meine Thumbnaids mache. Ja und das werde ich vielleicht auch noch machen mit dem Videoschnitt, also wie ich meine Videos schneide. Aber kommen wir erstmal zum eigentlichen Thema. Okay, also ich werde erstmal davor sagen, mit was schneide ich? Ich schneide auf jeden Fall mit Krita. Hier haben wir es schon mal zu sehen. Warum ich Krita benutze, eindeutig ist es günstiger, also es ist gratis und dazu ist es ähnlich wie Photoshop, aber Photoshop musst du bezahlen. Ihr könnt es natürlich mit ganz vielen anderen Programmen machen, es ist machbar, aber ich habe es halt so gemacht. Okay, dann würde ich erstmal sagen, starten wir mit den ganzen Beispielen. Und zwar habe ich mir zwei Beispiele ausgesucht. Einmal hier ein Beispiel und zwar zum Batman Let's Play. Und zwar hier will ich zu euch zeigen, wie ich das hier mache, weil es hier so ein Standard Let's Play Thumbnaid ist. Und dann hier so ein witziges Thumbnaid vom letzten Warzone Video. Okay, wir fangen mit den einfachen an, obwohl es man auch nicht immer einfach nennen kann. Es hängt mit den Leuten an, die es machen. Okay, wir sind jetzt drinnen und das erste, was wir machen, ist natürlich das Hauptbild nehmen. Da habe ich nämlich jetzt einen random Screenshot aus dem Video genommen. Da, ihr könnt natürlich auch aus dem Internet irgendwas nehmen. Und das erste machen wir, wir werden noch nicht die ganzen Elemente rausholen, sondern wir werden die ganzen Sachen erstmal hier bearbeiten, damit es auch passend aussieht. Denn wir wollen den schwarzen Rand weg haben und wir wollen das gespiegelt haben, weil hier kommt ja die ganzen, das ganze Symbole hin und das verdeckt dann halt alles. Das erste, was wir machen, ist das Spiegeln. Dafür werden wir einfach hier das Tool auswählen und dann rechtsklick, waagerecht spiegeln. Da haben wir das schon mal gespiegelt. Ja, das war der erste Schritt. Und jetzt wollen wir es natürlich noch ranzoomen. Das kann natürlich bei jedem PC ein bisschen laggen, weil das Bild immer größer wird und das muss halt immer bearbeitet werden. Okay, ich zoome mal sehr weit dran. Ich zeige euch mal, wie das dann aussieht. Also bis gleich. Okay, so würde das dann aussehen. Also ich bin jetzt richtig hart rangegangen. Also ihr merkt, das Bild ist riesig und das, was die Leute sehen, ist das hier. Also ich bin sehr rangegangen. Ähm, aber das ist halt daran, das liegt halt daran, dass hier unten ist der Text und dann ist halt noch hier dann der Balken noch überall. Dann, das wollen wir alles verdecken, das wollen sie nicht sehen. Gut, das zweite, was wir jetzt noch machen, bevor wir die ganzen Elemente reinmachen, ist, das ein bisschen zu verfeinern. Weil ihr seht, desto mehr ich reinzoome, desto unscharfer ist das Cook. Das wollen wir natürlich ein bisschen schöner machen. Wir machen das so. Wir machen hier unten den Pfeil dran und dann gehen wir auf Filtermaske. Und wir gehen auf Verbessern und dann auf Mittelwertentfernung. Ja, und dann sieht das ein bisschen schöner aus. Ihr könnt auch mit dem Pinsel hier, wenn ihr auf Pinsel geklickt habt, könnt ihr auch hier den nehmen und ein bisschen hier rumkritzeln. Das sorgt dafür, dass es auch ein bisschen schärfer wird. Denn schärfer ist halt besser, wenn die Leute das Geschehene, weil wir ja im Thumbnail genau das, was wir heute machen und was da passiert, genau zeigen. Und dann wollen wir es natürlich schärfer machen. Gut, also, da wollen wir natürlich das Logo haben. Wir setzen das einfach hin, als neue Ebene einfügen und da haben wir es natürlich. Wir wollen es natürlich nicht so klein haben, das ist ja ein bisschen blöd. Wir zoomen natürlich rein, wir gehen wieder in dieser Formation und zoomen ein bisschen rein. Genau, ja, das passt doch. Und jetzt machen wir auch was Neues. Und zwar gehen wir jetzt hier drauf auf Ebenstil und gehen auf Schattenwurf. Das sorgt dafür, dass halt im Hintergrund so ein Schatten ist, damit das nicht so leer aussieht. Damit das auch schon ein bisschen passend ist. Jetzt wollen wir, also, hier ist es natürlich nicht nötig bei dem Logo, aber wenn es mal so passiert, ähm, ups, da komme ich noch ran hier, ähm, wollen wir das Logo da auch noch ein bisschen schärfer machen. Deswegen machen wir das gleiche wie vorher. Wir gehen hier auf Filtermaske und dann haben wir auch hier, das ist ein bisschen schärfer. Jetzt wollen wir nochmal die Nummer hier haben. Ähm, und dafür gehen wir einfach ins Internet und gehen auf diese, äh, Website. Also, ihr könnt es natürlich in dem Photoshop-Programm auch so machen, aber ich habe es jetzt einfach im Internet gemacht, weil da die Schriftart sehr gut ist und da habe ich jetzt einfach hier ausgewählt, ähm, äh, hier diese Farben und dann hier mit, äh, Orange war es, glaube ich, so hier. Ist jetzt nicht genau, aber so recht ähnlich. Dann 100 und dann habe ich jetzt hier einfach Hashtag 10 und dann, klack, da ist es. Okay, wenn wir es dann haben, dann ist es im Download-Ordner jetzt zu sehen, ich habe es jetzt hier reingepackt und dann packt ihr das auch hier rein. Zack, ja, einfach draufklicken auf OK und dann habt ihr es jetzt hier als kleine 10 drauf. Ihr wollt es natürlich auch wieder ran zoomen, damit die Zuschauer nicht immer so eine kleine 10 sehen, wollt es natürlich ein bisschen mehr sehen. Da zoomt ihr auch wieder einfach ran. Jetzt merkt ihr, oh Gott, oh Gott, also desto mehr ich da rein zoome, desto unschärfer ist das. Ganz, äh, blöd, aber alles gut. Wir machen erstmal wieder Schattenwurf. Ähm, es bleibt nicht so. Ihr macht einfach wieder dasselbe. Für unseren Mittelfern, äh, ja, das normale Schärfen. Ich habe noch eine Fetermaske hier im Hintergrund gemacht. Und zwar habe ich nicht Mittelfern-Dings der Bumser gemacht. Ich habe nämlich noch eine Fetermaske reingepackt, um ein bisschen schöner das zu machen. Ich glaube, ich habe, stimmt, ich habe das hier genommen. Abwiedeln. Und da habe ich halt glanzlich genommen. Und dann einfach auf 35. So ist es passend. Und dann haben wir auch das so recht schön gemacht. Wir können natürlich das auch noch ein bisschen kleiner machen. Ist doch alles eure Wahl. Und damit haben wir so ein ganz normales Let's Play Thumbnail gemacht. Wie gesagt, alles könnt ihr da auch nochmal ändern, wenn ihr es so wollt. Jetzt noch mal so ein bisschen, bisschen kreativer, würde ich sagen. Okay, jetzt kommen wir zu den anderen Beispielen. Hier zu den letzten Warzone-Video. Da wollen wir das natürlich auch so ein bisschen nachstellen. Und das ist eigentlich auch ganz einfach. Das sieht zwar schwer aus, aber es ist nicht so schwer, wie man es denkt. Gut, um das jetzt ziemlich gut nachzustellen, ist es eigentlich auch ziemlich einfach. Ihr klickt wieder auf Bilder und natürlich. Und jetzt habe ich hier wieder so ein Screenshot dazu genommen. Ganz einfach, warum ich dieses Screenshot genommen habe. Hier sieht man Captain Price, weil der Titel sagt ja auch Captain Price räumt Wunder auf. Und hier so ein Gegner. Das soll halt so heißen. Guck mal, Captain Price ist so krass, er kann jeden ausschalten. Und ja, um das zu passender zu machen, schieben wir das Bild ein bisschen weiter nach dahin. Weil wir hatten das ja auch ganz rechts im Thumbnail. Dann zoomen wir auch ein bisschen rein. Das Zoom ist halt nur dafür da, damit man das auch alles im Bild hat. Aber ihr müsst das glaube ich nicht ganz im Bild haben, weil jetzt kommt natürlich noch eine Sache. Und das ist natürlich die geilste. Und zwar dieses geile Face von Captain Price. Und das ist jetzt die schwierigste Sache. Und zwar wir wollen es ausschneiden mit dem Tool hier. Das ist eigentlich auch ziemlich einfach, wenn man das sagen soll. Denn ihr klickt einfach hier drauf und schneidet das hier so aus. Also umrandet das. Das sieht dann so aus. Also wenn ihr das jetzt fertig habt, dann, nochmal, das sieht dann so aus. Also wenn ihr das jetzt fertig habt, dann habt ihr natürlich jetzt ein Problem. Erstmal ist es zu klein und dazu sind hier diese hässigen Ränder. Das wollen wir natürlich nicht so haben. Deswegen ganz einfach gehen wir hier auf Ebenstil, machen aber nicht Schattenwurf, sondern wir gehen auf Strich und machen wir das hier auf Verlaufsmodus. Machen wir auf Normal und Größe machen wir hier auf 25. Deckkraft, ja, 75 passt schon. Also hoffe ich mal. Wie gut sieht das aus? Ja. Und Deckkraft können wir gerne auf 100% machen. Ist jetzt auch nicht schlimm. Jetzt ist es natürlich noch zu klein. Ganz einfach wieder reinzoomen. Wie immer. Jetzt haben wir es natürlich ein bisschen fetter. Jetzt wollen wir es aber auch noch ein bisschen schärfer machen, weil ihr merkt, ja, das ist zu unscharf. Ganz einfach wieder. Ihr klickt auf Filtermask und nein, nicht abwählen, sondern wir auf Verbessern, dann auf Mittelwerten, Fernung. Da ist es wieder schärfer. Oder wieder mit diesem Tool hier hinten. Ganz einfach. Als letztes nur noch das Logo. Und zwar hier das Boson-Logo. Nehmt auf jeden Fall ein transparentes, also so, dass das schon ausgeschnitten ist, dass ihr das ganz einfach hier reinmachen könnt. Und dann müsst ihr das auch nicht mehr ausschneiden. So. Ist natürlich auch wieder zu groß. Ganz einfach. Bisschen kleiner machen. Jetzt merkt ihr, okay, an manchen Stellen ist es echt zu hell. Ganz easy. Ihr geht auf Schattenwurf und dann ist es eigentlich auch im Sinn geklärt. Oder ihr macht Filtermaske drauf. Aber ich habe das jetzt einfach hier runtergestellt. Und so machen, dass ihr das Geschehen noch rechts seht. Ich habe das jetzt hier genau gemacht. Es sieht natürlich jetzt nicht genauso aus wie das Original. Aber ich habe es so gut wie möglich so dargestellt, wie ich es davor hatte. So sieht halt das Endprodukt aus. Genau die Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe, habe ich so angewendet. Ja. Und das war mein Tutorial, wie ich meine Thumbnaids mache. Ich habe natürlich hunderte weitere Thumbnaids gemacht. Und die auch ziemlich aufwendig waren. Aber da habe ich eigentlich genau dasselbe gemacht, wie ich es gezeigt habe. Hier Transparenzmaske drauf. Alles ausgeschnitten, ausgeschnitten. Schattenwurf. Hier habe ich markiert mit Strich. Also ganz einfach. Hier sind ein paar mehr Effekte drin. Aber es ist, glaube ich, einfach zu verstehen. Hier Text. Also Text könnt ihr, glaube ich, auch einfügen. Ja. Dann war es das hier mit dem kleinen Tutorial. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020